Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Zeiten sind vorüber. Die Menschen fürchten, was sie nicht verstehen. Und unsere Familie war seit jeher eine Brücke zwischen den Menschen und dem Übernatürlichen. Scheiße, womit haben wir es da zu tun? Sehr viele Stämme sind nervös. Machen die jetzt mit übligen Gestalten. Das Gleichgewicht, das Sie und Ihr Vater mit so großer Leidenschaft versucht haben aufrechtzuerhalten, ist am Ende. Sie begeben sich auf sehr dünnes Eis, kleine Träse. Naja, die Unterwelt ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Bitte, hilf mir. Bitte. Du bist die Babelan Mandirikma, Kriegerin und Heilerin. Ibu Nyan und Mata Bago. Du wurdest bereit geboren. Hank, es ist dein Sharnak. Können Sie es auch hören, wie es mich ruft? Bin ich etwas raten darf? Ich stöpfte mich daheim. Sie kommen, um sich zu rächen. Wenn die Lakan sich euch in die Milch stellt, tilgert sie. Das hier ist größer als wir alle. Wenn wir das überleben wollen, müssen die Stämme vereint sein. Ein Sturm raunt sich zusammen. Unter deinen Verbündeten gibt es Verräter... Auf geht's, Jungs! Jetzt wird aufgeräumt. Oh! 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 Boh. Oh! Vielen Dank.